Hallo liebe Schüler, heute geht es darum, was die zweite binomische Formel bildlich bedeutet. Folgende Aufgabe dazu, Herr Gruber würde gern wissen, wie groß ein eingezäunenes Grundstück ist. Kannst du ihm helfen? Also es geht um dieses eingezäunene Grundstück. Folgendes ist gegeben, das große Grundstück ist 3 lang und 3 breit und wir wissen noch, das orangene ist x lang x breit. Schauen wir uns das Ganze genauer an. Ich will also auf das eingezäunene Grundstück kommen. Dieses ist 3 minus x lang und 3 minus x breit. Warum? Schauen wir uns nochmal das große Bild an. Also von hier zu diesem Punkt wäre es 3 lang. Ich muss aber nur bis zu dem Eckpunkt hier kommen. Also muss ich diese 3 erstrecke und dieses wieder zurückgehen. Das ist x lang. Also ich gehe 3 minus das x und komme zu diesem Eckpunkt. Hier genau das gleiche. Von hier bis dahin wären es 3 minus diese x-Strecke. 3 minus x und ich komme da hin. Also ist es 3 minus x lang, 3 minus x breit, hat also einen Flächeninhalt von 3 minus x in Klammern hoch 2. Und dieses Grundstück bekomme ich raus, ist gleich, wenn ich das große Grundstück, das ist 3 lang, 3 breit, hat also einen Flächeninhalt von 3 zum Quadrat. Wenn ich von diesem Grundstück, wenn ich von diesem Grundstück folgendes abziehe, ich ziehe einmal dieses hier ab, schaue ich hier oben nochmal an. Und dann, diese Fläche hier, die ist 3 lang und x breit, hat also einen Flächeninhalt von 3 mal x. Und ich ziehe dieses hier ab. Diese Fläche ist auch 3 lang, x breit, hat einen Flächeninhalt von 3x. Ich habe also 2 mal 3x abgezogen, dass dieses hier übrig bleibt. Wenn ich jetzt diese Fläche hier mit dem Orangenen abziehe und diese Fläche hier auch abziehe mit dem Orangenen, habe ich die Orangene Fläche eigentlich 2 mal abgezogen. Die ist aber nur einmal da. Damit ich nicht falsch rechne, muss ich sie theoretisch noch einmal hinzufügen, deswegen plus die Orangene Fläche. Damit habe ich dann insgesamt von dem Großen alles abgezogen bis auf das eingezäunene Grundstück. Und das ist die zweite binomische Formel anschaulich. Bis bald!